So, willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play, Don't Starve. Ready to play, how long will you survive? Wir haben unseren alten Spielstand geladen. Und ich hoffe, 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 dass wir dieses Mal länger überleben. Müssen natürlich nur gucken, dass wir irgendwie jetzt razzifazieren was zu futtern kommen. Mal eben schnell hier auf die Karte gucken. Da fangen wir meistens an. Da sind unsere Sachen. So, falls wir sterben, wissen wir dann wenigstens, wo wir hin müssen. Äh, tete, 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 oh Gott, 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 oh oh. Och nö, ne, jetzt lassen Sie bitte nicht sterben hier. Blumen frisst der ja nicht. Ja, da ist wieder ein Grab. Oh, da haben wir irgendwas gekriegt. Lol. Das war neu. Oh Gott. Okay, was machen wir hier? Neues Gras. Oh, ne Kröte. Attacke! Hm. Froschbeine. Oh, wenigstens ein klein wenig. Hast du futtern gekriegt? Oh, wir müssen hier auf jeden Fall in der Nähe von unserem Lager bleiben, denke ich. Ist ja schon heftig, ne, jetzt so langsam. Au, 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 au. Ich habe übrigens beschlossen, habe ich schon zu Michael gesagt? Habe ich schon zu Michael gesagt, äh, ich werde das hier so spielen, wie Gronkh Minecraft spielt. Sprich, äh, ich werde in regelmäßigen Abständen versuchen, hier neue Folgen rauszubringen. Oh, oh. Ah, scheiße, ey. Wir haben nichts mehr zu futtern. Und? Pflanzen bringen dem irgendwie nichts. Scheiße, weg. Ich fürchte, wir verhungern gleich. Das wäre echt scheiße. Ja, jetzt nehmen wir hier schon Schaden. Ah! Verdammte Scheiße! Nein! Ich will nicht sterben! Nochmal eben auf die Karte gucken. Ne, 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 hoch, 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 da. Äh, buff, kaputt. Verdammt! So, das erste, was wir jetzt versuchen, ist, zu unseren alten Sachen zu kommen. Also, das muss ja wohl irgendwie, muss das ja wohl gehen, oder nicht? Also, wir müssen jetzt im Prinzip immer hier geradeaus laufen. Um, verdammt noch mal zu unseren alten Sachen zu kommen. Das kann doch nicht sein. Das muss doch einfach hier. Das muss doch einfach hier. Das sind die ganzen Steine, die auf der Karte waren. Das heißt, hier irgendwo, ja, 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 komm, gehen wir nicht auf den Sack. Weil, das ist ja eigentlich immer dieselbe Welt. So, habe ich das zumindest verstanden. Das wäre echt scheiße, wenn das immer eine neue wäre. Tja, irgendwie scheint das immer eine neue zu sein. Ach, Mensch. Und wir waren schon so weit. So ein Scheiß. Tja, das scheint wohl irgendwie sich immer wieder zu resetten. Das ist ja echt blöd. Scheiß, die Wand an, ey. So ein Scheiß, ohne Witz. Das ist ja echt fies. Also, jetzt überlegt mal. Äh, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist ja echt nicht. Tja, irgendwie... Scheiße, hier sind wir tatsächlich verhungert, ey. Die Maschine müssen wir neu machen. Und diese Kamera will ich gerne drehen. Irgendwie geht das, ey. Das Speed hat das auch gedreht. Das kann doch nicht sein. Und hier sehen wirkin. Hier sind wieder Gräber. Ja, das ist prinzipiell immer schon dieselbe Welt, aber irgendwie ohne uns. Also, wir sterben schon in derselben Welt, aber irgendwie sind unsere Sachen nicht dabei. Was für eine Wichse, ey. Ohne Witz. Jetzt müssen wir wieder Steine haben und das Dach ist gleich schon wieder um. Also, das heißt, wir müssen gleich schon wieder gucken, dass wir hier das Feuer an den Start kriegen. It's like Tony. Nein, it looks Tony. Ja, 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 da kommt schon wieder... Hey, I must make a fire. It's gonna be dark. Kriegen wir wohl irgendwie hin. Noch haben wir ein paar Minuten Zeit. Feuer können wir ja immer noch machen. Das ist alles nicht wirklich wahr, ey. Das nervt mich tierisch. Ah, wir müssen mal gucken, dass wir noch ein bisschen Bäume füllen. Hier gerade sehe ich. Top, 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 top. Jetzt wird's Zeit. Jetzt baue ich uns hier so ein Lager auf. Das ist mir dann auch scheißegal, ohne Scheiß. Wir können ja im Prinzip sogar unser Lager mit den Bäumen schützen. Müssen halt nur gucken, dass wir immer was zu futtern finden. So. Oh. Ahem. Scheiß Hücher. Geh weg. Verteidigungslinie aufbauen. Ja. Wäre doch wohl gelacht, wenn wir das nicht schaffen, ey. Kackvieh, hau ab. Ahaha. Wow. Wix-teil. Haa, yippie. So. Jetzt haben wir unser Lager natürlich in der Nähe von diesem komischen Vogelpieh aufgebaut. Ja, ja, ja. Wow. Sag mal. Ah, das kleine Campfire brennt sogar ab. Okay, das hat das große nicht gemacht. Das große, was wir in der Folge davor gehabt haben, das ist nicht abgebrannt. Also unbedingt rauskriegen, wie wir die Viecher hier killen. Dann machen wir auf jeden Fall irgendwo noch mal ein größeres Campfire hin. Dass die Teile nicht hierbleiben, das finde ich ein bisschen blöd. Wenn das schon dieselbe Welt ist. Ja, ja, ist ja gut. Die Axt ist kaputt. Komm, ich mach eine neue. Müsste das wenigstens hierbleiben. Das finde ich ganz cool. So, jetzt haben wir aber wieder mal das Problem, dass wir nichts zu futtern haben. Das kann doch nicht sein, ey. Erstmal wieder was zu frissen finden hier. Und zwar ist das gleich schon wieder. Ist doch alles nicht wahr. Ist doch alles nicht wahr. Worauf haben wir uns hier nur eingelassen, ey. So ein Scheiß. Komm. So, wenigstens etwas gefuttert. Kann ich die eigentlich... Weiß ich nicht. Es ist eine Pflanze. Ja. Hier ist definitiv Sumpf oder so. Ah, da sind Spinnen. Und immer wieder... Immer wieder das gleiche Problem. Aha, was kommt hier? Hier kommt Wüste oder was? Scheint so. In der Wüste ist natürlich nicht wirklich gut Kirschen essen, ne? Sollte klar sein. Oh, oh. Hm. Auch gerade gemerkt. Komm, machen wir es hier hin. Scheißegal. Machen wir das Gute. Das Gute. Hm. Weil hier es nicht kaputt geht. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Du bist hungrig. Ich kann aber nichts dafür. Da sind Spinnen. Komm her. Erfalt. Ihhh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Berries. Geh weg. Oh, oh, oh. Monster meat. Oh, das hat was gebracht. Das war gut. Ich ne, Twilers. Äh, äh, äh. Oh, oh. Ihhh. Oh, fuck. Nein. Ach, nöööö. Ihhh. Mama. Scheiß Vieh. Mein Gott. Okay, das ist nichts. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, normalerweise müsste hier eigentlich unser Teil sein, aber das resettet sich anscheinend jedes Mal, wenn wir sterben. Und daher müssen wir mal gucken. Es wird auf jeden Fall sehr anstrengend werden, wenn das nicht gespeichert wird. Definitiv. Hallo? So, die Science-Machine können wir wieder bauen. Lull. Puck, da geht der Baum direkt kaputt. Puck, da geht's. So, jetzt probieren wir es nochmal hier aus, würde ich sagen. Scheißegal. Na? Die sollten wir einigermaßen sicher sein. Hoffe ich. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie wir die Erfahrungspunkte kriegen, weil wir jedes Mal kaputt gehen, bevor wir die Erfahrungspunkte kriegen. wird das ganz schön fies, auf jeden Fall. Ja, das Monster-Meetwerk, auf jeden Fall richtig was. Allerdings keine Erfahrung, also keine, 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 die kriegt er wahrscheinlich immer erst dann, wenn er, ja, wenn er, auf jeden Fall gut heiler ist. Hier scheinen die Bäume auch kaputt zu gehen, in dem Gebiet, weil er natürlich ein bisschen scheiße ist. Wenn die nicht wirklich wachsen, haben wir uns auf jeden Fall hier die falsche Basis ausgesucht. Scheiße. Oh, fuck. Oh, shit. Ah, ha, 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 ha. Ja, 70 AP haben wir gekriegt. Wie das denn alles ineinander gesetzt, vielleicht? Komm, geh weg. Ach, ist doch nicht wahr. Hier sind wir auf jeden Fall am Grasfeld, ne? Immer dasselbe. Fängt an mit Grasfeld. Man müsste auch woanders spawnen, das wäre auch interessanter eigentlich. Fände ich persönlich. Na? Pring. 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 jetzt gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um ja prinzipiell ist es immer dasselbe ja 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 was mich mal interessieren würde wäre wo diese komischen wege hinführen ja 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 steine steine immer noch da ja ja Ah, was ist das? Loll, Pickhaus. Schweinehäuser. Das war auch nicht schlecht. Wahrscheinlich irgendwelche Gegner zu sein. Äh, jetzt ist es ja prinzipiell total egal, ne? Ich gehe jetzt einfach mal nach oben, scheißegal. Gucken, wo uns der Weg hier hinführt. Ich will jetzt wissen, wo der Weg hingeht. Ach, du Scheiße. Ich gehe jetzt hinfüße. Ich gehe jetzt hinfüße. Ich gehe jetzt hinfüße. Ich gehe jetzt hinfüße. Und zwar nicht, wo ich mich mache. Ja, da sind Spinnen oder so. Ja. So, wie wir die Nacht überleben, seht ihr in der nächsten Folge Let's Play Don't Starve. Ich hoffe, das passiert auch jetzt nicht mehr. Ich werde mein Bestes tun. Bis dahin.